Hi Leute, willkommen! Wir spielen heute wieder so ein bisschen Call of Duty. Ja, so ist es. Ach, ich bin ja... So. Ja, 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 Leute, wir müssen jetzt hier ein bisschen... Was duckt ihr euch denn? Ah, deswegen duckt ihr euch. Der hat mich voll aufs Korn genommen. Das Schöne ist, ich... Äh... Ne, nicht ducken, äh, liegen. Nein! Ach, wie war denn das? Mörser. Ja, wenn man lange nicht mehr gespielt hat. Tja, 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 aufstehen! Ey, wieso kriegt der mich noch? Alter, fall da ja... Ey, ey, ey... Ey, 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 ey. Ich bin dein Freund. Na ja, nicht wirklich, aber... Das juckt ihn, hört's nicht wenig, ne? Das juckt ihn irgendwie gar nicht. Alter, fall da. Duggen. 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 Wie war denn Duggen? Duggen. Duggen. Das muss ich mal kurz ausprobieren. Das ist Schlagen mit dem Gewehr. Das ist Stehen. Das ist Pinkeln. Nein, Quatsch. Das war Schlagen. Aha. Aha, aha, aha. Alles klar. Jetzt haben wir den Salat. Ja. So, jetzt ducke ich mich mit, Leute. Ich ducke mich sowas von euch mit hier. Duggen, ducgen, ducgen. Super. Das ging ja super. Nein. Rund. Drückst du, legst du dich da wohl hin? Komm. Ja, wie soll ich denn da hinkommen, Leute? Gehst du mal zurück da? Das Loch ist doch groß genug hier. Ach, da liegt ja noch einer drin. Oh, ich werde... Ja, sie werden beschossen. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wirklich nicht. Also, Leute. Man wird hier beschossen. Dass ihr Bescheid wisst. Ne, dass ihr Bescheid wisst. Man wird hier beschossen. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, hier bei einem Spiel. Robby, Rob. Ja, Leute. Das ist ein super Spiel. Man könnte ja da auch mal was treffen. Oder ballert ihr da nur so... Haben wir den einen erwischt? Haben wir den einen erwischt? Sehen wir ja gleich, wenn wir wieder tot sind, ne? So, dann legen wir uns mal so schön. Den hat zerrissen. Komm. Echt jetzt? Ihr werdet beschossen? Das geht doch nicht. Granade, Renade. Schön in die Eier geschossen. So, den haben wir schon... Warte mal. Der hat doch ein besseres Gewehr, oder? Jo, das nehmen wir. Munition nehmen wir auch. Tschaki, 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 tschaki. So, dann hier mal runter, dann... Hallo, geh mal aus dem Weg da, du Nap. Klapp ja nun. Äh, komm ich hier nicht? So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Munition. Waaah, hahaha, haha, haha, haha. Ihr trefft doch... Nix trefft ihr. Wie war denn das jetzt mit dem Panzer? Mit dem Panzer, 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 Panzer, Panzer. Da war doch hier irgendwie ein schnuckeliges Gewehrchen. Wie war denn das mit dem Panzer? Leute, habt ihr Angst, oder was hier? Ihr krauchelt da in der Ecke rum, nur nix kriegt hier hin. Warte mal, wie war denn das, wie war denn das? Ich glaub, das war... Hier war doch irgendwie ein Gewehr. Meine ich. Wie war denn das? Wie war denn das? Wie war das? Wer hat wieder den Tag gerettet, Leute? Wer hat wieder den Tag gerettet? Der Voll-Noob! Zacki, zacki! Sooo... Erst schießen, wenn ihr das Weiße in den Augen seht, Männer. Ihr trefft auch nix, ne? Ihr trefft auch nix, das könnt ihr gut. Nix treffen. Also, wer... So, den haben wir auch. Den da kriegen wir jetzt als nächstes. Ich nehm mich aufs Gorn. Haben wir mich nicht getroffen? Los, 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 los! Ja, und dann eine große Klappe haben, ne? Erst nix geschissen kriegen. Wir müssen durch diese Häuser... Bewegung, Bewegung, Feuer nach rechts konzentrieren! Was haben wir hier? Zwei... Zwei... Au! Das hättest du wohl gerne! Ich brauche Deckung! Das... Wajajajaja! Ich brauche Deckung! Mann! Da ist wieder so ein MG-Nest! Wo... Ach, der Pisser da ist! Immer noch da? Ey, das gibt's doch nicht! Ich hab gar nicht mehr mit dem gerechnet, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm hier! Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirmchen! So, einer war doch hier, glaube ich, noch, ne? Irgendein... Irgendeiner... Irgendwo war doch noch einer. Irgendwo war doch noch ein Hackenpenner! Hab ich... Oder? Nein! Ja, komm, ich seh dich! Ach, guck mal, da ist auch noch einer! Was schießt der denn immer daneben? Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Feuer! Ah, diesmal nicht, mein Freund! Sooo... Ach, das war ein Freund! Oder auch nicht! Scheiß MG-Nest da, ich mag die nicht! Ja, gut hier! Wo kommt ihr alle her? Kein Zuhause! Zacki-Zacki-Zacki! Sooo... Machen wir mal von hier aus! Junge, wo geht's hier weiter! Oh, hier ist schön warm! Kriegt ihr wieder nix hin, ja? Ja! Schubidubidu! Bidubidu! Bidubidu! Martin, legen Sie die Strengsätze und machen Sie diesen scheiß Panzerblatt! Ach, da musste man wieder... Ach! Gott, ja! Äh, ja! Zurück bleiben! Blech Platz! Echt jetzt? Macht das Boom? Ja, ich mach Bewegung, aber ihr... Irgendwie nicht so richtig! Bombe! So, machen wir... Bam! Bam, 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 bam! Wo kommt ihr denn jetzt auf eurem Haus? Eure Löcher angekrochen! Warte mal, kommt... Ja, Leute, ich zeig euch das, wie das geht! Na, mal ein bisschen Eigeninitiative bringen hier, Leute! Gleich macht Boom! So, wie das in der nächsten Folge weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge, ne? Wie es in der nächsten Folge weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht ja Sinn, ne? Also, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht hier, ne? Meine Kameraden hier, die haben irgendwie, weiß ich nicht, hier da... Naja, egal. Äh, ja, dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis dann im Manski, euer Andi. Ciao, ciao!